In diesem Video bekommt ihr fünf gute Gründe dafür, Autist zu sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sprechen natürlich auf diesem Kanal auch sehr, sehr kritisch über das Thema Autismus. Wir verschweigen natürlich nicht die ganzen Nachteile, welche damit einhergehen, Autismus zu haben, Autist zu sein. Aber natürlich gibt es auch ganz klare Vorteile, gibt es gute Gründe dafür, Autist zu sein. Und über fünf dieser Gründe sprechen wir in diesem Video. Ja, der erste gute Grund ist der, dass Autisten sehr, sehr häufig eine ganz unabhängige, rationale, eigene Meinung haben und sich nur sehr, sehr wenig von anderen dahingehend beeinflussen lassen. Das ist in einer Zeit, in der immer mehr politische Meinungsmache auch in den sozialen Medien betrieben wird, sehr, sehr wichtig. Und ich denke, da gehen viele autistische Menschen auch mit gutem Vorbild voran. Ein Nachteil mag natürlich sein, dass Betroffene dann im Umkehrschluss auch vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr auf ihrer eigenen Meinung beharren. Ja, vielleicht auch Probleme haben, die Perspektive anderer zu übernehmen. Ja, aber es ist mit, ja, es ist ja bei allem im Leben so, dass es immer fürs und wie das gibt. Deswegen glaube ich auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn ich mir teilweise auch die Diskussionskultur in autistischen Communities, in autistischen Foren anschaue, wo teilweise doch sehr, sehr unrational gestritten wird, wo häufig auch sehr, ja, polemisch argumentiert wird, obwohl man doch immer sagt, dass Autisten so sachlich und rational wären, dass wir uns alle wirklich auf diese autistischen, ja, Tugenden, möchte ich fast mal sagen, besinnen. Ja, dass wir wirklich sachlich bleiben, dass wir fair in der Kommunikation bleiben, dass wir unseren Gegenüber nicht angreifen. Ja, und somit mit unseren autistischen Tugenden auch für andere Menschen mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, meine Lieben, aber es gibt natürlich noch mehr gute Gründe dafür, Autist zu sein. Grund Nummer zwei. Autisten sind sehr, sehr bescheiden und genügsam. Autisten streben häufig nicht in den allerwenigsten Fällen nach großen materiellen Gütern, sind treue Freunde und Beziehungspartner, sind sehr, sehr bescheiden und höflich. Das ist eine Sache, welche in unserer, ja, überbevölkerten Welt, in unserer lauten Ellbogen-Gesellschaft auch als eine absolute Tugend gesehen werden kann und durchaus ein guter Grund sein kann, autistisch zu sein. Und vielleicht, nur mal als Spekulation, wenn alle Menschen diese Tugenden in unserer Gesellschaft bedienen würden, würden wir vielleicht auch in einer besseren Welt leben. Leider, das muss man ganz klar sagen, ist das nicht immer der Fall, dass sich alle an diese, ja, an Bescheidenheit, an Rücksichtnahme, an Höflichkeit halten. Das wissen zum Beispiel alle Autisten, die laute Nachbarn haben, die den ganzen Tag Krach machen, laute Musik am Laufen haben und wissen, naja, außerhalb der Ruhezeiten habe ich da gar keine Chance, irgendwas gegen zu machen. Es gibt kein Recht, es gibt kein Gesetz, das mich irgendwie davor schützt, dass meine Mitmenschen sich rüpelhaft und, ja, ellbogenmäßig anderen Leuten mir gegenüber verhalten. Aber das ist natürlich nicht schön und man muss natürlich auch sagen, dass nicht-autistische Menschen ganz, ganz häufig unter dem Verhalten anderer nicht-autistischer Menschen leiden. Und auch in diesem Sinne, ganz klar, gibt es einen guten Grund, Autist zu sein im Hinblick auf diese positiven Eigenschaften. Grund Nummer drei. Autisten haben sehr, sehr häufig außergewöhnliche Talente und Begabungen. Hochbegabungen zum Beispiel, Inselbegabungen sind häufig bei der Unterform des Autismus-Spektrums, dem Asperger-Syndrom, wenn man das bei Menschen mit frühkindlichem Autismus zwar weniger antrifft. Hier ist ja auch per Definition eine geistige Behinderung möglich. Und 50 Prozent aller frühkindlichen Autisten haben auch eine schwere geistige Behinderung. Aber zumindest im Hinblick auf das Asperger-Syndrom, wo eine Intelligenzminderung kategorisch ausgeschlossen ist, damit diese Diagnose gestellt werden darf, sind tatsächlich auch Sonderbegabungen ganz, ganz häufig oder zumindest statistisch gesehen häufiger als in der Normalbevölkerung. Und ja, was können solche Sonderbegabungen sein? Ich kenne zum Beispiel einen Autisten, wenn der durch eine Bücherei zum Beispiel geht und da zuvor schon mal war, dann weiß er schon aus dem Augenwinkel, wo jedes einzelne Buch ganz genau zu stehen hat, ob es am richtigen Platz ist. Und wenn er dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal durch diese Bücherei geht, durch die ganzen Büchereien, durch die Regale, dann sieht er schon aus dem Augenwinkel, ob nur ein einziges dieser Bücher am falschen Platz steht. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Es gibt auch viele hochbegabte Menschen, die fantastische Sachen geleistet haben, wo man spekuliert, zumindest im Internet, ob das nicht eventuell auch Autisten gewesen sind. Ein paar Namen, die genannt werden, sind Greta Thunberg, die kennen wir alle. Isaac Newton, Bill Gates, Albert Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla, Charles Darwin, Wolfgang Amadeus, Mozart, Vincent van Gogh und viele, viele mehr. Und auch wenn vielleicht nicht alle dieser Namen, die man im Internet als höchstwahrscheinlich autistische Menschen so handelt, zumindestens für Albert Einstein, ist es relativ gut nachgewiesen, dass er wahrscheinlich keinen Autismus gehabt hat, können wir doch festhalten, dass Autisten ganz, ganz häufig auch hohe Begabungen haben und natürlich somit auch einen erheblichen kulturellen Mehrwert für die Bevölkerung, für die Gesellschaft beisteuern. Grund Nummer vier dafür, Autist zu sein, und zwar ein sehr, sehr guter. Man ist häufig in guter Gesellschaft mit anderen Autisten. Ja, ich habe festgestellt, dass ich immer wieder, ich bin ja selbst diagnostizierter Asperger-Autist, dass wenn ich immer wieder in meiner Freizeit mich mit Menschen treffe, ich habe zum Beispiel eine Gesellschaftsspielegruppe, dass ich fand, ja kurioserweise, obwohl nur ein Prozent aller Menschen aus der Gesellschaft Autisten sind, dass sich in diesen Gruppen immer und immer wieder überproportional viele Menschen einfinden, wo man hinterher feststellt, der oder die hat auch eine Diagnose auf Autismus. In meiner Spielegruppe in etwa 50 Prozent. Und das kann kein Zufall mehr sein. Und ganz, ganz wichtig, ich wähle natürlich nicht die Menschen, die meine Spielegruppe kennen, jetzt irgendwie aufgrund einer Autismusdiagnose oder autistischer Eigenschaften aus. Nein, diese Leute kommen rein zufällig von außerhalb. Ja, und wenn man sich sympathisch ist, dann bleiben diese Menschen auch in meiner Spielegruppe und wir spielen regelmäßig zusammen. Ja, und wie gesagt, das sind zu 50 Prozent Menschen aktuell, die ebenfalls eine Autismusdiagnose haben. Und da muss ich ganz klar sagen, auch im Hinblick auf gegenseitige Sympathien und dass Autisten sich vielleicht untereinander häufig ganz, ganz gut verstehen, dass Autisten häufig auch dieselben Interessen haben. Ich weiß, dass grundsätzlich so in der Gesellschaftsspiele, in der Brettspiele-Szene sowieso viele Autisten unterwegs sind. In der Pen-and-Paper-Szene sind ganz, ganz viele Autisten häufig unterwegs. Ja, da muss ich sagen, dass man da nette Menschen kennenlernen kann, ist vielleicht auch, wenn ich das so sagen darf, ein guter Grund, Autist zu sein. Ja, Grund Nummer 5 und das ist der wichtigste in diesem Video. Natürlich, wenn ich hier die Überschrift bringe, gute Gründe dafür, Autist zu sein, ja, da muss man natürlich immer bedenken, ich bin ja auch nicht blöd, dass man es sich natürlich nicht aussucht, Autist zu sein. Natürlich kommt man als Autist auf die Welt und kann das nicht beeinflussen. Und da muss ich ganz klar sagen, der beste Grund, Autist zu sein, ist der, dass man es nun einmal ist. Das hört sich jetzt erstmal als ein absolut überflüssiger Punkt an, aber viele Menschen mit Autismus gehen in die Selbstverleugnung. Viele Menschen sagen, ich hasse mich dafür, dass ich Autist bin. Und wenn ich so etwas in YouTube, in den Kommentaren lese, ja, dann tut mir das immer sehr, sehr weh. Jeder, der mich länger verfolgt, weiß, ich spreche über das Thema Autismus kritisch. Jeder, der mich länger verfolgt, weiß, ich sehe Autismus tatsächlich als Störung, als Behinderung. Ich denke, ist es ganz, ganz wichtig, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und sich fortzuentwickeln. Aber das ist absolut nicht leichter, damit zu setzen, sich selber zu verleugnen, sich selber zu hassen. Jeder Mensch, egal ob Autist oder nicht, hat Sachen, in denen ist er besser, hat Sachen, in denen ist er schlechter. Und übrigens auch der Mythos von der gesunden Gesellschaft, ja, die Normgesellschaft ist psychisch ganz, ganz gesund. Da sind wir doch schon wirklich drüber hinweg. Auch natürlich in der Gesellschaft, wo keine Autismusdiagnose vorliegt, da liegen natürlich auch andere Störungsbilder vor. Da liegen natürlich auch andere psychische Zipperlein vor und so weiter und so fort. Und es ist meiner Meinung nach absolut, ja, wie soll ich das sagen, nicht falsch, aber es ist traurig, wenn man sagt, ich hasse mich selber, weil ich Autist bin. Ich, der nun hier sehr, sehr kritisch darüber spricht, hasse mich nicht deswegen, weil ich Autist bin. Es gibt ja auch gar keinen Grund, denn ich kann ja nichts dafür, dass ich Autist bin, also ist es auch nichts hassenswert, dass ich Autist bin. Es wäre hassenswert, wenn jemand ein schlechter Mensch ist, wenn jemand einen verdorbenen Charakter hat, wenn jemand jeden Tag aufsteht und Böses tut. Ja, da würde ich sagen, da können wir drüber sprechen, ob das hassenswert vielleicht ist. Aber das ist ja eine Sache, die hat jeder selbst in der Hand. Und solange man ein guter Mensch ist, solange man jeden Tag danach bestrebt ist, das Richtige zu tun, sich ein gutes Herz zu bewahren, sollte man sich als Mensch lieben. Das ist meine persönliche Auffassung. Ja, und wer nicht jeden Tag bestrebt ist, Gutes zu tun, sollte meiner Meinung nach schnellstens damit anfangen. Ja, das waren mal fünf gute Gründe dafür, Autist zu sein. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen inspirieren konnte. Wenn euch noch mehr Gründe einfallen, schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch ein Video zum Thema positive Eigenschaften von Autisten sehen wollt, dann habe ich hier gleich in der oberen Endcard. Unten findet ihr meine Autismus-Playlist, sehr, sehr gerne draufklicken für meine ganzen Autismus-Videos. Oben findet ihr ein Video zu weiteren positiven Eigenschaften von Autisten. Abonniert natürlich gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen und seid auch mal zufrieden mit euch und eurem Autismus und bis zum nächsten Mal.